André und Julia wurden von Bauer sucht Frau Amos Pfeil getroffen und sind so verliebt, dass sie prompt den Ablauf der Show ändern. Die aktuelle 19. Staffel von Bauer sucht Frau sorgt für Schmetterlinge im Bauch, und das nicht nur bei den Teilnehmenden. Denn in der diesjährigen Ausgabe sprühen nur so die Liebesfunken. Vor allem zwischen Milchbauer André, 33, und seiner Julia, 29, scheint es in der Hofwoche ordentlich zu knistern. Von Teamarbeit über gemeinsame Zukunftsplanung bei den beiden scheint alles schon in Sack und Tüten zu sein. Kein Wunder also, dass André Julia am letzten Tag der Hofwoche nicht gehen lassen möchte. Bauer sucht Frau. Julia sagt Ja. Bevor Julia wieder zurück nach Hause fährt, verbringen die beiden noch ein romantisches Date zwischen den Strohballen. In der kuscheligen Atmosphäre öffnet Julia dann ihr Herz und gesteht. Ehrlich gesagt, war das die schönste Woche in meinem ganzen Leben. Das scheint André so anzuspornen, dass er seine Karten ebenfalls auf den Tisch legt und Julia prompt seine Liebe gesteht. Ich muss schon sagen, ich habe mich schon in dich verliebt. Der Milchbauer habe nie damit gerechnet, mich nach kurzer Zeit jemandem so nahe zu fühlen. Aber das war noch nicht alles. Julia antwortet mit geht mir genauso und es kommt sogar zu einem Kuss. Insgeheim habe ich mir das ganz doll gewünscht, gesteht die 29-Jährige. Und wer jetzt glaubt, romantischer kann es gar nicht mehr werden, aufgepasst. Denn der Milchbauer stellt der Projektmanagerin eine alles entscheidende Frage. Ich wollte dich fragen, ob du ein bisschen länger bleiben möchtest? Und natürlich hat Julia ja gesagt. Ihre Hofwoche geht also in die Verlängerung.